Ja, Mahlzeit! Ja, unter der Woche und deswegen gibt es natürlich wie immer ein paar kleine Smart Home News und ich sage bis gleich nach dem Intro. Ja, nächsten Mittwoch ist er endlich da, der neue Bewegungsmelder von Altergo. Die Zukunft beginnt jetzt, wie es so schön heißt. Ja, denn Batteriegerät mit WLAN, welches eben so eine lange Zeit halten soll. Naja, zumindest im Livestream werden wir ihn dann auf jeden Fall sehen, aber vielleicht auch bei mir, schauen wir mal. Ja, ergo würde ich mal sagen, wir chillen ein bisschen nächsten Mittwoch, also live. Ja, wann genau das ist, das erfährst du dann, wenn du die Glocke auf jeden Fall aktiviert hast und ein Abo hast. Ja, ansonsten sehen wir uns ja vielleicht heute Abend ab 19 Uhr im Discord, auch wenn ich zugegebenermaßen heute ein wenig geschafft bin. Ja, Raspberry News. Ja, eine neue Möglichkeit, nass zu bauen mit dem Raspberry tut sich auf, wie hier auf 10X Software zu sehen. Ja, bis zu 4 S-Adder-Anschlüsse werden das und die teilen sich dann eine Datenübertragungsrate von bis zu 220 Megabyte pro Sekunde. Apple. Ja, die neue Beta-iOS 14.5 sowie iPadOS 14.5 sind da. Ja, endlich das iPhone entsperren und das trotz Maske geht bald, und zwar hier mit der Apple Watch. Ja, wenn du verzweilt versuchst, Face ID eben zu nutzen, wenn die Watch entsperrt ist, wird das denn eben auch so funktionieren. Finde ich auf jeden Fall gut. Außerdem ist der da, der Albtraum, ja, der Werbegesellschaften und App-Hersteller. Die neue Transparenz durch Apps, wer was wie wo trägt, welche Daten er gerne hätte, ja, sowie die Einholung der Erlaubnis dazu. Somit kannst du jetzt sehr genau bestimmen, was du möchtest und was nicht. Ja, ich bin mal gespannt, ob Facebook dann jetzt die Kartellklage macht und damit durchkommt. Denn die sind natürlich extremst davon betroffen. Ja, mit der 14.4 kannst du jetzt übrigens ohne Probleme die Musik direkt an deinem HomePod Mini überreichen. Das ist auf jeden Fall auch eine nette Sache. Ja, übrigens gibt es dann jetzt eine Chrom-Erweiterung für, ja, die iCloud-Passwörter. Wenn es dir eben so geht wie mir und du zum Beispiel auch noch einen Windows-PC hast, kannst du dann eben die Passwörter des Schlüsselbundes nutzen. Ja, theoretisch zumindest, der neue Schlüsselbund ist für Windows gerade jetzt erst mal wieder verfügbar. Vorher gab es da ein paar kleine Probleme. Ja, was ich persönlich davon halte, nicht so viel. Ja, es gab früher schon mal eben Sicherheitsprobleme eben mit Erweiterungen. Ja, und Auslesen von Daten. Meine sensiblen Daten bleiben lieber bei mir in KeePass. Ja, dann kann ich auch austauschen und ja, es hat eben nichts mit einem Browser zu tun, wo eben direkt ja über kompromittierte Seiten versucht wird, Schwachstellen des Browsers eben auszunutzen. Ja, hast du Apple One gebucht und noch Apple TV gehabt, dann hast du womöglich, wie ich, eine Mail im Briefkasten mit einer Verlängerung bekommen. Auch cool. Ja, jetzt zu Tasker. Habe ich ja schon öfter über die Automatisierungssoftware für Android gesprochen. Jetzt ist diese in der Version 5, 11, 14 draußen seit geraumer Zeit. Und cool ist dort, ja, das ist die Google Assistant Unterstützung. Leider aber nur in Englisch. Ja, wer eben damit nichts anfangen kann, ja, eins der kleinen Beispiele, was ich eben mit der Software mache, ja, ist zum Beispiel, nach dem Laden des Handys wird ein HTTP-Request aufgerufen, der zum Shelly Plug S geht und eben das Laden unterbricht. Ja, damit fühle ich mich nachts etwas besser. Ja, ja, und beim Handy, da kann es bestimmt auch nicht schaden. So, kommen wir mal zu Ubiquiti. Ja, wenn du öfter den Kanal schaust, letzte Woche hatte ich über die Umstellung, ja, zu einem Single-Sein angesprochen. Einige von euch scheinen das nicht so, ja, schlimm zu sehen, aber ich beharre da ein bisschen auf meine Meinung, also jedem seine Meinung. Das wäre für mich so, als wenn, ja, die Fritzbox jetzt nur noch eben mit Online-Login gehen würde, Internet weg, Pech gehabt. Ja, nichts für mich. Tja, was soll ich sagen? Aber genau in dem Abend gab es eben noch einen Fix, der unter anderem auch die Multisites zurückgebracht hat, ja, was eben auch stark kritisiert wurde. Jetzt ist die Frage, war es vorher wirklich nur ein Versehen oder wollte man sehen, wie die Community reagiert? Übrigens, Unify Protect hat jetzt auch die Fahrzeugerkennung für die G4-Reihe mit am Start. Und wer nicht gleich beim Pre-Order dabei war, sondern erst danach bestellt hat, dürfte auch endlich den Long-Range mit Wi-Fi 6 geliefert bekommen haben, so wie ich. Ja, den U6 Lite habe ich ja bereits getestet. Ergo wird es demnächst mit Sicherheit ein Duell der beiden geben. Wenn ich auf etwas Besonderes achten soll, schreibe es mir gerne mal in die Kommentare. Apropos letzte Woche, ich hatte ja ein Riesenproblem mit dem Ecoflex und dem Bewegungswälder dazu. Der wollte sich ja nicht mehr in den Routinen zeigen. Herzlichen Dank an euch alle für die vielen Kommentare. Ja, einer war dabei, der hat mich nochmal ein bisschen stutzig werden lassen. Das ist mir gar nicht vorher aufgefallen. Während des Gesprächs mit dem Support wurde gesagt, der Hersteller ist Orbeco. Aber nee, ich hatte vorher schon gesagt, Third Reality. Ja, das hat mich nochmal so ein bisschen ermutigt, es zu versuchen. Weil irgendwie hatte ich ja überlegt, das kann ja nicht sein. Und jetzt haltet euch fest. Anablernen etc. hat absolut nichts gebracht. Hatte ich ja auch vorher versucht. Ich habe den Bewegungswälder ca. 15 Mal abgezogen, wieder auf den USB-Anschluss des Flex gepackt. Und siehe da, irgendwann hat sich die App gemeldet mit BING, erster Bewegungssensor gefunden. Alter, Falter, was für ein Krampf. Also wer das Problem hat, abziehen, wieder draufkorgen, bis er irgendwann funktioniert. Vielleicht hätte Jeff, ja, statt einen Abgang zu machen, noch so ein bisschen wenig in dem Smart Home Bereich mitmischen sollen. Ja, bin mal gespannt, wann jetzt was wie passiert. Und vor allem, wann wir endlich mal, ja, etwas von den vielen Dingen aus den USA bei uns sehen werden. Homie, ja, will ich wirklich was dazu sagen? Nun ja, wer es nicht kennt, eigentlich eine nette Idee. Es gibt so Würfel, die man eben aufeinander stapeln kann mit den bekannten Protokollen wie Zigbee, Z-Wave etc. Ja, dann letztes Jahr beispielsweise Hörmann, also die Rollläden etc. Und jetzt 2021, ja, ein neuer Würfel für Zentronix Plus. Sagt dir nichts, mir vorher auch nicht. Ja, es soll richtig rund gehen dieses Jahr. App-Verbesserungen etc. Ja, aber einige in der Community sind ein bisschen genervt. Ja, weil vieles Aldi eben noch nicht richtig funktioniert. Ja, und in Foren kriege ich manchmal auch graue Haare. Okay, passt eh keine mehr da. Ja, hast du so ein System zu Hause? Schreib mal sehr gerne deine Meinung eben dazu rein. So, und jetzt noch ein bisschen Shopping. Ikea hat was Neues im Portfolio wie für das Badezimmer die Silberkerns. Und Aldi legt jetzt auch los. Ja, zumindest in Süddeutschland. Nachdem Lidl ja richtig Gas gegeben hat, eben mit den Zigbee-Geräten. Ja, jetzt kannst du hier im Prospekt mal sehen. Okay, nicht die Vielfahrend von Lidl. Ja, aber die Preise sind mal richtig stark. Mit einem Gateway, was eben auch Alexa unterstützt. Und das ist ja was, was Lidl-Silverkrest-Gateway eben nicht direkt kann. Und das Panel mit CCT. Also das Weiß individuell einstellen. Und dann noch nebst RGB. Ach Mensch, juckt doch wieder in den Fingern. Ich habe die nächsten Wochen doch schon so viel. Ja, aber noch ist es eh wohl nicht im Online-Shop. So, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich am Wochenende zu einem coolen Test. Denn da werde ich selber hier wieder was für zu Hause basteln. Ja, und das wird auf jeden Fall ganz nett. Und vielleicht sehen wir uns ja heute Abend. Also, wenn nicht, sage ich schon mal auf jeden Fall schöne Restwoche. Wir sehen uns. Bis dann. Euer Jörg. Wir sehen uns.